Liebe Zuschauer, liebe Pesoten, für alle, die meinen Post, meinen heutigen in der Community nicht gelesen haben, euer Peso ist ab sofort im Urlaub. Und ich werde euch auch in meiner Abwesenheit mit Videos versorgen. Ihr werdet dabei eine ältere Serie von mir hören, die euch mitreißen wird, glaubt es mir. Ich lade die Videos hoch, wie ich sie vor 3-4 Jahren aufgezeichnet hatte, wundert euch also nicht über gewisse Ansprachen in meinen Videos, die nicht mehr ganz up to date sind. Und bitte, meine lieben Pesoten, ich brauche eure Hilfe, unterstützt mich bei Kommentaren, die sich über eventuelle Aussagen von mir wundern und helft mir, diesen Zuschauern zu erklären in den Kommentaren, dass ich der Peso im Urlaub ist und ich euch mit einer interessanten, aber alten Serie beglücke. Danke euch! Ein Thema, welches ich auf dem Weg in den Urlaub noch mitbekommen habe, möchte ich aber in meinem heutigen Video schon einmal ansprechen. Ich werde dazu, wenn ich wieder zurück bin, tiefere Recherchen betreiben. Aktuell kann ich es euch grob umreißen und euch meinen Senf dazu schon einmal mitgeben, damit ihr heute etwas zum Recherchieren und zum Lauschen habt. Immer wieder bin ich über diese oder eine ähnliche Aussage gestolpert, und zwar, Menschen sind Experimente höherer außerirdischer Intelligenz, Gefangen auf der Erde und Außerirdische ernten unsere Seelen und der Mond ist eine außerirdische Basis. Viele von euch, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, kommt dies sicherlich auch bekannt vor und dieses Thema gewinnt gerade wieder richtig an Schwung. Für alle, denen dies aktuell nichts sagt, umreiß ich es hier einmal grob. Die Theorie besagt, dass die außerirdischen Schöpfer bei der Erschaffung der Menschen etwas Einzigartiges entdeckt haben, und zwar Emotionen. Während Tiere von Instinkten getrieben werden, erleben Menschen aufgrund ihrer Empfindungsfähigkeit eine breite Palette von Emotionen. Diese Emotionen haben jedoch ihren Preis. Die außerirdischen Schöpfer haben gelernt, dass Emotionen Energie tragen, die sie zur Nahrung zu sich nehmen können. Leider sind negative Emotionen die nahrhaftesten von allen, was zu einer Situation führt, in der Menschen in einem Kreislauf der Reinkarnation gefangen sind, um die Sucht der Schöpfer zu nähren. Der Prozess wird angeblich durch ein Gerät namens Soulcube oder Soulrecycler erleichtert, also einen Seelenwürfel oder einen Seelenrecycler. Ich habe ja versucht in meinem Thumbnail das irgendwie, sag ich mal, künstlerisch euch irgendwie darzustellen. Und dieser Soulcube, wenn es nur einer ist, sind wahrscheinlich mehrere, der es auf dem Mond installiert und angeblich gibt es diese Soulcubes auch in unseren Meeren. Dieses Gerät fängt menschliche Seelen ein und recycelt sie und zwingt sie in eine Endlosschleife der Reinkarnation. Und diese Theorie impliziert, dass die Erde ein Gefängnisplanet ist, auf dem Menschen gefangen sind, um den außerirdischen Schöpfern als Nahrungsquelle zu dienen. Eine Theorie, die ich schon wirklich sehr lange vertrete, denn so beschissen wie unsere Realität kann keine Realität sein, wenn ich mir die Shit-Show so anschaue, die in unseren westlichen Ländern gerade so abläuft. Also Simulation oder wie gesagt Gefängnis bzw. Strafplanet. Der Kreislauf der Reinkarnation ist die Maschinerie, die die Menschen in diesem Gefängnis hält, wobei sich die Schöpfer von ihren negativen Emotionen ernähren. Und diese Idee wird von John Lear, man kann von ihm halten, was man will, und David Icke unterstützt, ich weiß, dass er David Icke heißt, aber ich spreche es gern so aus, wie ich möchte, jedenfalls und David Icke unterstützt, die meinen, dass dieser Kreislauf kein natürlicher Prozess ist, sondern vielmehr eine Falle, die die Menschen in einem Zustand der Knechtschaft halten soll. George Knapp sagte, Bob Lazar sei während der Arbeit an dem, in Anführungszeichen, dem Programm gesagt worden, dass Menschen von Außerirdischen als Seelenbehälter betrachtet würden. Die Diskussion geht weiter über verstörende Überzeugungen von Insidern, die sich gegen eine Offenlegung aussprechen, weil sie nicht im öffentlichen Interesse sei. Das Ganze in Anführungszeichen gelesen natürlich. Diese Wesen übermittelten Informationen über die Fähigkeit, das menschliche Gehirn zu beeinflussen, um den menschlichen Körper zu betäuben. Dies geschieht ohne jeglichen physischen Kontakt von einer entfernten Quelle. Damit diese Betäubung erreicht werden kann, muss sich das Gehirn in einem entspannten Zustand befinden, ähnlich dem, der für eine Hypnose erforderlich ist. Wenn das Gehirn einer externen Stimulation ausgesetzt ist, wie z.B. Stimulantien, also laute Musik, wirklich naheliegendstes Beispiel, dann ist diese Manipulation des Nervensystems wirkungslos. Die stimmt dann witzigerweise mit den fädischen Texten überein, die lernen, wie man emotionale Spitzen vermeidet, um den Reinkarnationsprozess zu entgehen. Ich schätze, irgendwann ist man keine gute Energiequelle mehr und wird freigelassen. Wir sind, was Seelen sind. Laut Lord Krishna in der Bhagavad Gita ist die Seele ewig ein individueller, fragmentarischer Teil seiner selbst und als solcher eine der Materie überlegene Energie. Die Materie ist tot, Seele ist lebendig. Wenn die Seele in Materie verkörpert ist, wird ihre Lebensqualität durch die Materie des Körpers ausgedrückt, so ähnlich wie Elektrizität ausgedrückt wird, wenn sie durch nicht elektrische Objekte fließt. Keine Seele bedeutet keine Funktion des Körpers, genauso wie kein Strom bedeutet, dass ein Elektrogerät nicht funktioniert. Es ist der Ursprung unseres Bewusstseins ewig voller Wissen und Freude. Sat-Chit-Ananda, zusammengeschrieben auch Sat-Chit-Ananda ausgesprochen, ist die Beschreibung des eigentlich attributlosen Brahmans im Vedanta, zusammengesetzt aus Sat, dem Zustand des Seins oder Existenz an sich oder auch der Wahrheit. Chit, für Bewusstsein, Verstand, auch Wissen, wird meistens im Sinne eines rein unpersönlichen Bewusstseins verstanden und Ananda. Freunde, Glückseligkeit, die reine Freude Brahmans gelte in den Upanishaden als höchste Form unbedingten Glückes. Die Seele erleuchtet den Körper mit Bewusstsein, wie die Sonne das Universum erleuchtet. Und solange wir uns in der materiellen Welt befinden, wandert diese Seele ewig von einem grobstofflichen Körper in einen anderen, also in einen feinstofflichen Körper. In der Mundaka Upanishad 319 heißt es wie folgt, die Seele ist atomar groß und kann von vollkommener Intelligenz wahrgenommen werden. Diese atomare Seele schwebt in den fünf Arten von Luft, genannt Prana, Apana, Viana, Samana und Udana. Die Seele befindet sich in der Herzgegend und verbreitet ihren Einfluss im gesamten Körper der verkörperten Lebewesen. Wenn die Seele von der Verunreinigung durch die fünf Arten materieller Luft gereinigt ist, zeigt sich ihr spiritueller Einfluss. Wenn wir erkennen, dass wir eine Seele sind, die als Mensch ein menschliches Leben führt, haben wir den ersten Schritt getan, um das Leben besser zu verstehen. Der zweite Schritt besteht darin zu erkennen, dass alle Menschen und alle Lebensformen eine gleiche Seele haben. Das Bewusstsein, also entspricht mehr oder weniger Gedanken als bewusste Energie, die ein bewusster Teil der Seele ist. Das Bewusstsein entsteht durch Lehren, Erfahrungen und das, was aus dem Jenseits gelernt wird. Das geschaffene Bewusstsein, das passt immer zum Gefäß im Leben. Beispielsweise hat man bei einem Fisch oder einem Insekt keine menschlichen Gedanken und bei einem Menschen keine Insekten- oder Fischgedanken. Also eigentlich logisch und verständlich. Dennoch erfährt das Bewusstsein auf verschiedenen Ebenen Leben. Alle Seelen helfen, Leben auf der Erde zu erschaffen. Mit anderen Worten, es existieren viele Seelen. Die Frage ist, woher kommen diese ganzen Seelen? Sind diese Seelen individuelle Wesen oder miteinander verbunden? Oder haben sie einen Elternteil, also eine ursprüngliche Quelle, also eine Seele, als eine Einheit und Wesen, die wir Gott nennen? Gehen wir darauf einmal grob ein, meine lieben Zuschauer und Pesoten. Öffnet dazu euren Geist. Und das, was ich sage, das muss ja überhaupt nicht stimmen, aber dies haben schon intelligentere Menschen, also intelligenter als ich, vor tausenden von Jahren niedergeschrieben und gelehrt. Also ich sage immer, da wo Rauch ist, ist auch ein Feuer. Also selbst wenn Geständnisse im höchsten Maße unwahrscheinlich sind, so können sie doch selber auf Skeptiker Wirkung haben, nach dem Grundsatz, dass wo Rauch ist, auch Feuer sei und dass immer etwas irgendwie hängen bleibt. Der Unterschied zwischen allen Seelen liegt natürlich in den Erfahrungen. Seelen sammeln in verschiedenen Leben und Gefäßen, in verschiedenen Dimensionen und auf verschiedenen Planeten Erfahrungen, Wissen und Weisheit. Wenn es mehrere Seelen gibt, haben sie mehr verschiedene Auswahlmöglichkeiten und auch verschiedene Arten von Erfahrungen. Genau wie Menschen interagieren Seelen miteinander durch Kommunikation. Durch Erfahrungen und Kommunikation über die Erfahrung mit anderen Seelen verändern sich die Erfahrungen als Wissen und Weisheit und Seelen entwickeln sich weiter und werden somit intelligenter. Aber wie sieht dann zum Beispiel die Geburt einer solchen Seele aus? Wenn eine Seele an einem bestimmten Punkt ankommt, an dem sie ihr Bewusstsein in einen anderen Teil ausspalten möchte, um zum Beispiel zwei verschiedene und getrennte Wege zu gehen, die Seele kann sich dann ausspalten, wie eine Zelle in unserem Körper und der neuen Seele Erfahrungen damit geben oder nicht. Das Bewusstsein ist für jede Seele einzigartig und gleichzeitig bleibt die neue Seele mit der vorherigen Seele verbunden. Einfach ausgedrückt ist dies die Art und Weise, wie Seelen weitere Seelen erschaffen. Sie teilen sich immer wieder in weitere Seelen auf, wenn die Gelegenheit es erfordert, um neue, unterschiedliche, einzigartige Seelenbewusstseine zu erschaffen. Wenn man zwei dieser Seelen hat, verbindet das einzigartige Bewusstsein diese Seelen miteinander und sie können später wieder miteinander verschmelzen. Wenn eine von ihnen die Individualität aufgeben möchte, dann hat man eine Seele mit zwei unterschiedlichen Seelenerfahrungen. Zwei individuelle Seelen können zu einer individuellen Seele werden. Zwei Seelen, die miteinander verschmelzen, Erfahrungen teilen, die sie beide gemacht haben und als eine Seele existieren, also als eine Individualität mit zwei unterschiedlichen Arten von Erfahrungen. Eine Seele ist nicht mit einem Menschen vergleichbar. Eine Seele, das ist ein immaterielles, unsterbliches, bewusstes, engelhaftes, energetisches Wesen. Ob man es nun hören möchte oder nicht, ein Mensch ist eine der tierischen Formen der Natur im Leben auf der Erde oder wie ich immer sage, die Seele ist der Autofahrer und unser aktueller menschlicher Körper ist ein Auto, welches die Seele als Autofahrer fährt. Wenn wir von einer Seele aus dem ganzen Weg zurückgehen und in der Lage sind, mit der vorherigen Seele zu verschmelzen und so weiter, da werden wir bei einer Seele enden, der ältesten, weisesten und reinsten Seele. Man könnte sagen, den Vater von allem und nennen wir diese einmal hier in meinem Video Gott. In der immateriellen Dimension existiert ein energetischer Lichtkern mit Bewusstsein, der alle bewussten energetischen Seelen als separate, einzigartige, individuelle Erfahrungen einbettet. Wir nennen diesen hell leuchtenden Kern in der immateriellen Dimension das Bewusstsein von allem. Ein Teil dieser immateriellen Dimension wird Himmel genannt, wo Energie mit einer sehr hohen Frequenz vibriert. Die immaterielle Dimension, in der alles geschieht, ist der esoterische Körper Gottes. Und dieser Lichtkern, der alle Seelen umfasst, ist das Bewusstsein Gottes. Gott ist als Seele ein individuelles Wesen und Gott ist gleichzeitig alles. Seelen sind individuelle Wesen und Seelen sind alle Teil Gottes. Besser gesagt, eine Seele ist eine einzigartige Erfahrung Gottes. Alle Seelen sind individuelle Wesen und theoretisch können sie alle als eine Einheit wieder mit Gott verschmelzen. Nur, dass alle Seelen wieder mit Gott verschmelzen, ist keiner schaffen und wird in Wirklichkeit auch nicht passieren. Aus diesem Grund wurden die Menschen in der Vergangenheit als Seelen Kinder des Lichts oder Kinder Gottes bezeichnet. Als Seelen sind wir Schöpfer, wir geben Energie eine Form und kommunizieren diese mit anderen Seelen über unsere Erfahrungen im Himmel. Die Seele ist unsterblich, sie kann nicht zerstört werden und sie hat kein Geschlecht. Es wurde durch Feuer, Erde, Wind und Wasser erschaffen und das macht die Seele unsterblich. Die Seele ist mit dem Ego und dem Verlangen verbunden, was die Seele einzigartig macht. Wenn ein Mensch sein Ego und seine Begierden töten kann, wird er zu einem Heiligen Geist. Das Ergebnis ist die Befreiung, die im Hinduismus Mukti genannt wird. Kommen wir mal dann zu der Frage, ob eine Seele recycelt werden kann und ich sage nach allem, was ich zu diesem Thema gelesen und gelernt habe, also nicht zu diesem Video, sondern mich beschäftigt sowas schon Ewigkeiten. Jedenfalls, was habe ich daraus gelernt? Und ich kann dann einfach nur sagen, zu mir selber, also der schon lange auf dieser blauen Murmel unterwegs ist, nein, diese Seele, die kann nicht recycelt werden. Sie verhält sich wie der Körper, den sie erhält. Das bedeutet, wenn die Seele einen tierischen Körper erhält, verhält sie sich wie ein Tier. Wenn die Seele einen menschlichen Körper erhält, verhält sie sich wie der männliche oder weibliche Körper, den sie erhält. Mein Fazit aktuell ist, die Seele ist wirklich etwas Wertvolles und Energie und es scheint mir plausibel, dies als ein zu erntendes Gut zu betrachten und eventuell steckt hinter dieser Soulcube-Geschichte tatsächlich mehr. Komischerweise ist dies auch in Filmen wie zum Beispiel der Matrix-Serie angesprochen worden, sowie sogar in einem meiner Lieblingszeichentrickfilmen der Monster AG. Wie auch immer, werde ich mich nach meinem Urlaub damit weiter befassen und wenn es dazu wirklich mehr zu erzählen gibt, als was ich euch in diesem kurzen Video schon erzählt habe, werdet ihr dazu ein weiteres Video erleben. Also, macht's das gut. Schönen Urlaub für alle, die auch gerade zufällig im Urlaub sind. Ich habe euch alle lieb, passt auf euch auf und wir hören uns bei meinem nächsten Video. Also, macht's das gut. Euer Peso. Servus.